hallo liebe mitglieder von crowdone es gibt neuigkeiten und zwar was wichtiges und sehr 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 wichtig es gibt änderungen es ist keine änderung es ist gute nachrichten für uns ja für die mitglieder von crowdone ja es gibt folgendes es gibt neue produkte die auch bei crowdone dargestellt werden und wir werden als mitglieder von crowdone davon profitieren es ist ob ich schon das geahnt hätte oder prophezeien hatte in meinem letzten video hat es von den skeptiker geredet die die auch immer so skeptisch sind zu sagen okay ich möchte nicht hier bei crowdone mich anmelden weil ich auch so skeptisch bin zu sagen okay werde ich mein geld bekommen oder nicht nein ja was neuigkeiten bedeutet hier es gibt das crowd one reverse es gibt auch hier die planung der aushaltungen oder der provisionen die mitglieder von crowdone auch bekommen werden es heißt provisionen von den affiliates residual die die mitglieder auch bekommen werden monatlich und dann es gibt auch provisionen für die mitglieder die bereit auch ein eigentum rechte honor right haben und diese auszahlungen von den honor right wird alle drei monaten das hatte ich auch bereit auch in auch meinem video auch bereit erklärt und jetzt ist es soweit sollte man auch zu sehen und die die jetzt auch mitglieder bei crowdone sind haben wirklich davon werden wirklich sehr glücklich sein sich bereit bei crowdone anzumelden es wird spannend ja gut wir fangen auch ganz normal an zu sagen das ist das neue sagen wir mal das ist kein produkt nur eine neue benennung eine neue benennung was wird passieren anfang der planung von crowdone werde ich ihnen alles was in diese info auch dargestellt ist einfach erklären es ist besser dass ich auch nach dieser planung die erklärung der informationen die dargestellt sind einfach darstellen was hat crowdone entschieden hier das programm das werde ich ihnen ausführlich gleich erklären es heißt vorsicht hier wichtig aufpassen es bedeutet ab dem 15 april sage ich 15 april werden wir es werden wir kein honor right von afilgo mehr geben es wird kein honor right von mixta mehr geben sage ich ihnen es ist hier dargestellt ab dem 15 april wird kein honor right von afilgo und von mixta mehr geben es wird auch ab dem 15 april die 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 ausgabe von den honor right von afilgo und mixta gestoppt das heißt diese honor right hatten wir auch in den streamline bonus auch erhalten es heißt jeden mittwoch hatten wir in den streamline bonus auch einen gewissen betrag bekommen wobei wir mit diesem betrag auch honor right eigentumsrechte von afilgo und mixta gekauft hatten das wird einfach gestoppt und dann wird auch kein honor right von afilgo weitergegeben oder kein honor right von mixta weitergegeben das wird einfach ganz anders sein es bedeutet ab dem 16 alle honor right die früher afilgo waren und die früher mixta waren werden weil es ist so viele verschiedene honor right bei crowd one wir hatten normalerweise am anfang vor dem 15 november hatten wir vorher mal die die bei crowd one vor dem 15 november angefangen hatten dann hatten sie vorher mal ein pionier honor right und nach dem 15 sind weitere honor right gekommen es heißt afilgo honor right und mixta honor right insgesamt haben wir drei verschiedene es ist hier kein pionier honor right dargestellt aber den gibt es schon bei crowd one für die 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 sich auch vor dem 15 november bei crowd one 2019 meine ich bei crowd an sich angemeldet hatten die hatten diese pionier honor right und nach dem 15 november gibt es jetzt afilgo honor right und mixta honor right und dann ab 16 ab 16 alle honor right die früher pionier honor right werden zusammen in einer anderen form dargestellt und das wird in zukunft einfach ab den sechsten eigentlich heißen crowd one reverse das heißt alle honor right die man hat weil man oder crowd man wird auch hier eine keine keine durcheinander einfach so bringen weil dieses unternehmen ist so transparenz das ist ja unglaublich ja die versuchen einfach so darzustellen um konfusionen auch zu den mitgliedern auch zu vermeiden da sagen die statt dass wir pionier honor haben oder afilgo honor right mixta honor right dann haben wir alles zusammen in einem paket und das wird heißen ab dem 6. quad one reverse und dann quad one reverse quad one sagt ab diesem datum april vom 6. april bis 22 april sollte jeder mitglieder einfach seine honor right alle honor right konvertieren in quad one die zeit wird uns auch zeigen wie wir das machen können die zeit wird uns auch zeigen wie wir das machen können die die das nicht machen werden davon nicht profitieren vom profit komme ich noch das werde ich ihnen auch hier unten alles erklären aber wichtig ist es ab dem 15 april alle honor right werden gestoppt die ausgabe von den honor wird gestoppt und ab dem 6. april werden alle honor right konvertiert in konvertiert in quad one reverse das ist der name dafür es bedeutet diese quad one reverse beinhaltet alle honor right ja und diese werden weiter diese werden weiter vergeben diese werden weiter vergeben ja hier steht von den ab dem 6. april bis 22. april sollte jeder mitglieder die sie sich vor dem 15. april angemeldet haben ihre honor right konvertieren in quad one reverse das heißt leute versuchen sie sich jetzt so schnell möglich bei crore run vor dem 15. april anzumelden dann profitieren auch dann können sie auch sagen wir nochmal ein paar honor right von afilgo und von mixtar auch bekommen ja die sie sich auch nicht so früh angemeldet haben sagen sie einfach vielleicht ist es auch zu spät nein es ist nicht so spät wenn sie die potenzial haben aber sie werden nicht so viel erreichen wie die die wie die leute die sich auch früher angemeldet haben weil ihr auch so skeptisch wart ja und jetzt ist ja die zeit gekommen die man auch auch zuschlagen sollte bis zu den 15. april sich schnellstmöglich auch bei crore run anzumelden weil ab dem 6 wird sich auch viel ändern ja und das ist auch diese änderungen die in april stattfinden wird es heißt in april ihre honor right werden in crowd one reverse konvertiert sollte jeder auch machen sonst werden die auch von den verschiedenen zahlungen die ich ihnen gleich klären werde nicht davon profitieren so im april kommen neue produkte noch mal dazu vor allem mal education package das kennt auch jeder auch genannt auch binary bonus wieder auch immer auch geben dann kommen auch kein neues produkt noch mal dazu epic one lotto das wird uns auch seitlich auch kronen erklärt was das ist aber man sollte auch wissen dass wir mitglieder von kronen davon profitieren werden wann werden auch die erste provisionen von kronen von kronen an den mitgliedern bezahlt werden das ist hier dargestellt am 8 mai wird die affiliate residual bezahlt affiliate residual das habe ich ihnen auch bereit auch in auch meine videos auch erklärt schauen sie dieses video auch an wo drauf steht provisionen an die mitglieder von crowd one das video anschauen dann werden auch so verstehen wie eine affiliate residual bonus funktioniert für die ganz kurz zu erklären da sind leute die auch ein titel bei kronen haben bekommen ein affiliate residual je mehr sie mehr leute auch gesponsert haben das network von kronen auch zu erweitern zu vergrößern bekommen sie auch ein titel dafür ja es gibt mehrere titel auch und dann die die das auch haben wenn sie ein titel haben mehr mitglieder gesponsert haben dann bekommen sie ein titel und dann für ihre leistung sagt crowd one ab dem 18 mai hier steht hier werden sie auch ein salm auch bekommen und zwar monatlich 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 ab dem 18 mai bekommen sie auch wenn sie einen titel bei kronen haben bekommen sie ihre provision am 15 juni bekommen sie wieder aber am 15 juni bekommen sie nicht nur nur sagen wir noch mal ihre bonus von den affiliate residual sondern bekommen sie noch dazu ihre crowd reverse noch dazu den crowd reverse das ist die sammlungen von den von den honorite die man auch hatte ja das wird hier geben es heißt das wird auch am 15 juni bekommen sie zwei zahlungen wenn sie was geleistet haben eine zahlung von den affiliate residual und auch eine zahlung wieder von den honorite die sie auch gesammelt hatten deswegen sage ich versuchen sie auch oder sollten sie zwischen den 6 und 22 ihre honorite alle konvertieren in crowd one reverse sonst werden sie keine zahlungen am 15 juni nicht haben das ist sehr wichtig es bedeutet zwischen den zahlungen die wir auch bekommen haben werden 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 auch neue produkte von crowd one dargestellt zum beispiel super online produkt das ist crowd one art auch es gibt so viele firmen die auch interesse an crowd one haben das ist unglaublich ja es gibt viele firmen die interesse an crowd one haben und die ihre produkte darstellen möchten und diese produkte werden wir auch davon profitieren ob wir auch mitmachen als mitglieder oder nicht werden wir auch unsere monatliche affiliate residual bonus bekommen weil wir einen titel haben oder weil wir auch den crowd one reverse haben dann werden wir auch es bekommen aber eine klarheit möchte ich hier machen denn affiliate residual wird monatlich bezahlt und den crowd one reverse wird alle drei monaten auch bezahlt die erste zahlung von crowd one reverse ist am 15 juni und dann juli august und dann wieder im september alle drei monaten bekommen sie eine zahlung bekommen sie eine zahlung von crowd one reverse aber monatlich wird nur sagen wir nochmal affiliert die die auch einen titel haben die die auch meh leute auch gesponsert haben hey schauen sie mal hier ich habe so viele leute bei mir in meinem team drin ich habe einen titel und dann bekomme ich auch monatlich von crowd one hier sind die dargestellt die titel hier wenn sie auch so ein titel haben sie können auch sagen sie können auch okay als team leader auch so sein bekommen sie auch von crowd one auch was alle monatlich und zwar sagen wir einfach die zahlungen die monatliche zahlungen ist ja auch so interessant habe ich ihnen dann auch geklärt schauen sie mal auch mein video über provisionen an den mitgliedern von crowd one ich habe die beide aushaltungen auch bereit auch geklärt wie das auch berechnen wird und an den mitgliedern von crowd one ausbesselt ja und zwischen den start von den neuen produkten wieder auch crowd one mixtar im august zwischen august und september auf den markt bringen das wird hier ein knaller mixtar wird gestartet und wir werden alle davon profitieren liebe leute das wollte ich ihnen auch hier darstellen weil es ist wirklich sehr wichtig was ich ihnen auch auf dem weg auch mitteilen möchte bitte vergessen sie nicht zwischen den sechsten und den zwanzigsten ihre honorite zu konvertieren in crowd one wie wert und das alles werden wir von crowd one erfahren es ist wirklich schön da zu sein und wie gesagt profitieren sie auch alle davon und wir sehen uns das war neck es hat mir eine freude gemacht ihnen auch das über dieses info auch mitzuteilen das ist sehr wichtig ciao machen sie es gut machen sie es gut